Hallo, mein Name ist Frederik Sörensen. Ich habe Schuhgröße 45. Ich habe bisher keine Tattoos und meine Lieblingsspielminute ist das Erste, wo alles anfängt mit dem Spiel. Ich denke immer, dass es ein schöner Moment ist. Meine Freundin. Mit Tiger. Mit Knie. Gegen Gladbach. Mein Lieblings ist Texter. Channing Tatum. Ja. Christian Ronaldo. Alkoholfreies Bier. Sportlich Elegant. Michael Jackson. Fröhling. Tennis, Paddle und Golf. Hier klicken, da klicken, hier kommentieren, da klicken. Ihr macht das schon. Ja. Mein Lieblingsspieler. Das war die Haus.